Ich begrüße Sie ganz herzlich, obwohl ich Sie nicht sehe. In meinen jetzt anderthalb Jahren Zoom-Karriere hatte ich die Situation noch nicht. Ich begrüße gewissermaßen gerade visuell Frau Kunz, von der ich mich wahnsinnig freue, dass sie da ist. Sibyl Dorn, die das Ganze organisiert hat in allen technischen Details und auch in unserer aller Sicherheit. Denn in den letzten Wochen haben sich einige sehr unerfreuliche Dinge mit diesen Zoom-Meetings ereignet. Und dann sehe ich und begrüße auch noch Marcel Neff von der Gesellschaft für deutsche Sprache und Literatur, der mit organisiert hat und hier aufpasst, dass wir keine falschen Knöpfe drücken. Was immer sehr wahrscheinlich ist, wenn ich irgendwo in der Gegend bin, drücke ich grundsätzlich immer falsche Knöpfe. Ich möchte Ihnen ganz kurz und ihr dann aber auch sofort das Wort und die virtuelle Bühne überlassen, Nina Kunz hier begrüßen. Sie hat Sozial- und Wirtschaftsgeschichte studiert in Zürich und arbeitet seitdem als Journalistin, Kolumnistin und vor allen Dingen auch Autorin. Sie hat in ihren jungen Jahren schon eigentlich überall da geschrieben, wo man auch schreiben wollte, wenn man dürfte. Nämlich bei der NZZ, bei der Wurz, bei der Zeit, im Zeitmagazin und vor allem ist sie Kolumnistin im Tagimagi. Und ich habe gelernt, dass man Tagimagi zum Tagesanzeiger das Magazin sagt. Und das ist eine der ganz renommierten Adressen, um als Journalistin tätig zu sein. Und damit habe ich, glaube ich, schon genug gesagt. Denn wir wollen jetzt gar nicht meinen Gelaber hören, sondern wir wollen eine Lesung hören. Und liebe Frau Kunz, ich übergebe Ihnen das Wort. Ja, herzlichen Dank. Ja, ich finde es auch, wie gesagt, eine etwas surreale Erfahrung, diese Zoom-Lesung. Aber ich freue mich trotzdem sehr, sehr, sehr fest über diese Einladung von der Gesellschaft für deutsche Sprache und Literatur. Es ist sehr toll, das Buch vorstellen zu können, auch in diesen virtuellen Räumen. Und das Buch, das ich heute vorstelle und aus dem ich auch lesen werde, ist dieses hier. Es trägt den Titel Ich denke, ich denke zu viel. Und es wird morgen einen Monat alt. Ich weiß gar nicht, wie viel ich sagen soll zum Buch. Die sehr nüchterne Erklärung, was das soll, ist, es sind 30 Texte zur Gegenwart. Und es gibt unterschiedliche Phänomene und was die Texte zusammenhält, ist ein Gefühl des Unbehagens. Jeder Text in diesem Buch ist so entstanden, dass mich ein Unbehagen geplagt hat. Und ich mich so lange danach hingesetzt habe und Sekundärliteratur gelesen habe, bis ich das Gefühl hatte, irgendwie verstanden zu haben, woher dieses ungute Gefühl kommt. Und bei jeder Lesung überlege ich mir eigentlich, welches Unbehagen an diesem Tag gerade eine wichtige Rolle spielt für mich. Und ich werde vier Texte lesen. Drei sind sehr kurz und einer ist etwas länger. Normalität Im Moment heißt es überall, dass es jetzt, nach der Krise, darum gehe, zur Normalität zurückzukehren. Und ich frage mich, welche Normalität? Natürlich gab es vor dem Frühjahr 2020 eine Zeit, die irgendwie geordneter wirkte. Man konnte in Bars Negronis teilen, Hände schütteln, sorglos herumniesen. Aber normal schien mir auch diese Zeit nie. Ich meine, schon vor der Pandemie schlug ich jeden Morgen die Zeitung auf und dachte, What on Earth? Ich habe sogar ein Word-Dokument angelegt, um Fakten zu sammeln, die mir besonders surreal vorkamen, wie etwa, Grönland verliert jedes Jahr 200 Gigatonnen Eis. Und eine Gigatonne Eis würde in Form von Wasser ausreichen, um 400.000 olympische Schwimmbecken zu füllen. Oder die fünf wärmsten Jahre seit Beginn der systematischen Messungen waren in absteigender Reihenfolge 2016, 2019, 2015, 2017 und 2018. Natürlich verstehe ich, dass mit Rückkehr zur Normalität derzeit auch gemeint ist, dass man seine Großmutter wieder umarmen kann und das Leben an Leichtigkeit zurückgewinnt. Das alles will ich ja auch. Aber mir graut davor, dass nun ein Vorher normalisiert wird, das gar nie normal war, nur weil wir gesehen haben, wie schlimm es auch sein könnte. Es irritiert mich, mit welcher Selbstverständlichkeit JournalistInnen und PolitikerInnen von Back to Normal reden. Ich glaube, ich störe mich so an dieser Formulierung, weil Normalität für mich eines der mächtigsten Worte überhaupt ist. Es beschreibt das, was in einer Gesellschaft nicht mehr erklärt oder diskutiert werden muss. Das unsichtbare Regelwerk. Und wie der Philosoph Michel Foucault schreibt, spiegelt die Definition von Normalität ja nicht nur was ist, sondern prägt die Wirklichkeit in bedeutender Weise mit. Seit es zum Beispiel als normal gilt, von Paris nach Zürich zu chatten, tun die Leute das auch. Und genau deshalb wünschte ich mir, es würde nicht so unbedacht von der Rückkehr zur Normalität geredet. Nützlich scheint mir der Hinweis auf die Normalität in diesem Kontext sowieso nicht. Erstens frage ich mich, normal in Bezug worauf? Und zweitens stimmt es, was der Philosoph Alain de Botton sagt, nämlich, dass jedes konstruktive Gespräch zu Ende ist, wenn das Argument fällt, wir handeln so, weil es normal ist. Ich wundere mich also wirklich, warum wir nun nicht darüber diskutieren, was wir in Zukunft für normal halten wollen. Das einzig Gute am Begriff ist ja, dass er alles andere als fix ist. Oder wie es der irische Dramatiker und Literaturnobelpreisträger Bernard Shaw formulierte, was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute. Seht euch doch an, wohin uns die Normalen gebracht haben. Die Kolumne zur Normalität ist übrigens die Lieblingskolumne meiner Großmutter. Die spricht mich immer wieder darauf an. Vielleicht mag ich diesen Text auch deshalb so. Der zweite Text hat auch mit Corona zu tun und auch mit einem Wort. Häufig, wenn ich schreibe, sind Wörter, Begriffe der Ausgangspunkt. Ich liebe es, wenn ich ein Gefühl, ein diffuses Gefühl habe und dann merke ich, es gibt ein Wort dafür. Das ist eines der größten Glücksquellen, glaube ich, in meiner Arbeit. Deshalb ist das auch beim nächsten Text so. Und der trägt den Titel Weltschmerz. Und er fängt etwas depressiv an, aber wird dann besser. Manchmal verzweifle ich an der Welt. An den EU-Außengrenzen wird auf Menschen geschossen. Es gibt Hass, Corona, TikTok-süchtige Teenager, schmelzende Polkappen und die seelenlose Musik von UFO 361. An manchen Tagen möchte ich am liebsten im Bett bleiben und heulen. Oder ganz viel Gin trinken und bitter werden wie Angostura. In letzter Zeit ist mir irgendwie die Hoffnung abhandengekommen, dass es schon gut kommt mit der Welt. Vielleicht habe ich aber auch nur die Hoffnung verloren, dass ich persönlich in meinem Schweizer Disneyland vor allem Bösen gefeit bin. Immer wieder denke ich, wir haben diese Erde bekommen und das machen wir draus? Natürlich weiß ich, dass es auch Ermutigendes gibt, wie die Musik von Lizzo oder die streikenden Jugendlichen. Aber die Gesamtsituation scheint mir ziemlich düster. Vermutlich geht es mir ein wenig wie dem deutschen Schriftsteller Johann Paul Friedrich Richter, der im 19. Jahrhundert eine, ich zitiere, tiefe Traurigkeit über die Unzulänglichkeit der Welt, Zitat Ende, verspürte und das Wort Weltschmerz erfangt. In Klammer, sein Germanismus wird heute in nutzenden Sprachen verwendet. Aber das wissen Sie bestimmt. Damals definierte er den Begriff als Mischung zwischen einer traurig stimmenden Weltlage und dem Gefühl, nichts daran ändern zu können. Das Gemeine am Weltschmerz ist, dass er so diffus ist. Er fühlt sich an, wie ein Unbehagen ganz weit hinten im Hals, das welchst und welchst, aber nie richtig sichtbar wird. Es fühlt sich an, wie ein Zucken in der Magengegend, wenn man die Nachrichten liest und sich die Frage stellt, wie es diese Welt da draußen geben kann, wenn man doch selbst diesen unverschämten Alltag hat mit Deadlines, Pesto-Spaghetti und Abenden, an denen man heimlich Love is Blind guckt. Das Schlimmste ist aber die Ohnmacht. Oder zumindest für mich gibt es kaum etwas Niederschmetterndes, als wenn ich Flaschen recycle, den Zug nehme, auf Demos mitschreie und zugleich sehe, wie die USA aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen und die Schweiz mal eben Kriegsmaterial im Wert von 273 Millionen Franken exportiert. Das lähmt mich. Vor zehn Jahren glaubte ich wenigstens noch ehrlich an Veränderungen und stellte mich jede Woche an den Limmatplatz, um für irgendetwas Unterschriften zu sammeln. Aber heute bin ich skeptisch. Mein Weltschmerz hat Konjunktur. Doch immer, wenn mich der Pessimismus beinahe aufrisst, zwinge ich mich zu sagen, stopp. Es mag stimmen, dass vieles in der Welt schiefläuft, aber wenn du Panik schiebst oder in Selbstmitleid versinkst, hilft das genau niemandem. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, was die Lösung ist. Ich glaube, sie hat viel mit Solidarität und Standhaftigkeit zu tun. Jedenfalls klebt jetzt ein Zettel an meiner Tür, auf dem steht, Albert Camus. Die höchste Form der Hoffnung ist die überwundene Verzweiflung. Ich dachte, es gibt wenig Gelegenheiten, an dem ich diesen Essay, den ich geschrieben habe, über mein Leben als Studentin an der Universität Zürich mehr Sinn ergeben würde. Weil ich denke, auch dieser Essay ist ein bisschen obskur für viele, die nicht wissen, was die Doktor-Faustgasse ist. Aber ich möchte ihn dennoch vortragen, weil es vielleicht auch Themen sind, die Sie am DS beschäftigen. Ich lese den zweiten Teil. Dieses Essay ist vor, das den schönen Titel trägt, Summa cum Gaudi. Und das Thema, einfach kurz, um zu skizzieren, wo wir uns befinden, ist mein Leben an der Uni, das irgendwie so hin und her schwankte zwischen ich möchte, dass es eine Zeit wird der Muße, des kontemplativen Denkens. Und gleichzeitig war da Bologna und diese Quantifizierung von Wissen, von Punkten und dieses ambivalente Gefühl, das das verursacht hat bei mir. Und ich steige gleich ein beim Denken. Das Schönste an der Universität war das Denken. Verschiedene, sich widersprechende Gedanken gleichzeitig zu jonglieren. Diese Art des Denkens, wenn eine einfache Frage, etwa was ist eine Nation, plötzlich so kompliziert wird, dass sie dein Hirn sprengt. Die Uni lehrt dich, wenn es schwierig wird, macht es Spaß. Und am meisten Spaß macht es, wenn du diese komplizierten Gedanken mit Menschen teilen kannst, die ähnlich denken wie du oder wenigstens die gleichen Bands mögen. Das Denken hat etwas Poetisches, weil es ein wenig ist, wie wenn man vor einem Kunstwerk steht und ständig neue Details entdeckt. Müsste ich wählen, würde ich alles andere eher hergeben als dieses Denken. Ich habe Geschichte studiert. Wenn ich mir anschaue, was die Geschichtswissenschaft für eine Entwicklung durchgemacht hat, werde ich optimistisch. Am Anfang waren da Historiker wie Leopold von Ranke, die sich ausschließlich für große Herrscher interessierten. Dann kamen Marxisten wie Eric Hobsfam, die fanden, hey, was ist mit den ArbeiterInnen? Die müssen in der Geschichtsschreibung auch vorkommen. Und dann die FeministInnen, die bemängelten, dass die Frauen vernachlässigt wurden. Kurz, die Geschichtswissenschaft ist inklusiver geworden. Das gefällt mir. Genauso, wie die theoretischen Spinnereien hinter dem Fach. Etwa der Dekonstruktivismus. Als mir in einem Seminar zum ersten Mal vorgemacht wurde, wie man ein Konzept hinterfragt und eben dekonstruiert, war ich baff. Da tat sich eine Welt auf. Es wurde bunt. Eine Nation ist nicht einfach eine Nation quasi von Natur aus. Da braucht es einen Zeitgeist, eine Geschichte, einen Mythos und Interessen. Das Symbolische und das Faktische durchdringen sich komplex. Wow. Die Partys waren auch wichtig. Eine Zeit lang gab es eine Studiparty im Plaza, jeweils donnerstags, weil wer geht am Freitag schon in die Vorlesung? Da ging man manchmal hin, aber nur ironisch und als Gruppe und klaute Wodka von hinter den Tresen, wenn der Barkeeper nicht guckte. Gut war auch der ASVZ, der Unisport. Da konnte man zu Jennifer Lopez Remixes Sports machen und der Trainer sagte Sachen wie Summer bodies are made in winter und meinte das tatsächlich so. Oder wenn du wirklich nicht mehr kannst, dann noch zwei. Es war die Antithese zum Dekonstruieren im Seminar. Im ASVZ waren Dinge wie Poststrukturalismus egal und das war gut so. Aber es war nicht alles rosig. Das Studium hat mich auch mächtig gestresst. Bologna ist super für Leute, denen man in den Hintern treten muss, damit sie eine Arbeit schreiben. Aber Bologna ist der Horror für Leute, die das eh schon können, sich strukturieren und dann auf dieses Revolte-Mechanismus durchdrehen, weil sie Streber sind und von guten Noten heil werden. Vor meinem Bachelor hatte ich etwa solche Angst, eine Prüfung nicht zu bestehen, dass ich jeden Tag dafür lernte, drei Monate lang und aufhörte zu essen und als der Test vorüber war, ich habe mit Bestnote bestanden, stand ich, und es war Altenglisch, stand ich eines Tages in der Dusche und meine Haare fielen büschelweise aus, weil ich mangelernährt war. Apropos Horror. In einer Politikvorlesung hatte ich mal ein Semester lang einen Abercrombie und Fitch-Typen in der Reihe vor mir, der immer nur Basketball geschaut hat auf dem iPad. Im Nachhinein dachte ich, der Typ war symbolisch für den abgelöschten Bologna-Vibe. Die Uni soll einen unterhalten wie Netflix und wenn die ECTS-Punkte mal eingesackt sind, kann man den Stoff wieder vergessen. Ich habe mich immer geärgert über solche Typen. Warum bist du hier, wenn du keine Lust auf Wissen hast? Wo ist dein Feuer? Du bist genauso öd wie diese Mädchen in der Schule, die immer gefragt haben, ob etwas prüfungsrelevant ist. Den unwirklichen Bologna-Vibe habe ich aber nur selten in Reinform abbekommen. Eigentlich nur, wenn ich in der Politik mit 600 anderen Menschen eine Prüfung schrieb und dachte, wow, ich bin nur ein kleines Sandkorn, das ein paar Bullet-Points auswendig gelernt hat. Die Geisteswissenschaften waren ja eher eine der letzten widerständigen Bastionen. Und selbst wenn die Profs-Bologna-Fans wären, man wüsste schlicht nicht, wie das gehen soll. Die Geschichte, effizienter zu machen, wäre etwa so, wie wenn man die Seniorenpflege effizienter gestalten wollte. Man könnte es vielleicht tun, aber das Wesentliche bliebe auf der Strecke. Darum fristen die Geisteswissenschaften sowas wie eine Parallel-Existenz zu Leichtungsfächern wie Jus und Bio. Wir machen weiter wie bisher und hoffen, niemand merkt es. Auch politisch war Tote Hose. Eine kritische Auseinandersetzung mit der Institution war ein Minderheitenphänomen. Die Identifikation mit der Bildungsstätte war wohl schwach. Man ging da halt hin, um sein Diplom zu kriegen. Exemplarisch konnte man das beim VSUZH-Rat dem Studierendenparlament sehen. Die Forderungen gingen da mehr in Richtung Mikrowellen für alle als Revolution jetzt. Die studentische Unipolitik war brav und bürokratisch. Die einzigen, die ab und zu Radau machten, waren die außerparlamentarischen Linken, die selbst Vorträge organisierten oder solche von Pharmaposten oder Sepp Blatter störten, was ich Spitzenklasse fand. Das Gute, ich glaube, alle können an der Uni ihr Plätzchen finden, wenn sie ein wenig suchen. Ich habe meines bei der Zürcher Studierendenzeitung gefunden. Ich war 19 und habe einen Artikel geschrieben über den Protest gegen den Vortrag der IWF-Chefin. Das war am 8. Mai 2012. Und in der Redaktion saßen drei Jungs, hörten das Smith und tranken nachmittags Bier. Ich wusste, da will ich hin. Also drängte ich mich auf, ein Jahr später zog ich praktisch in dieses lottrige Haus unweit des Campus ein. Es gab eine alte Küche, wo immer Pastareste im Abfluss sieb hingen und überall CD-Roms und klebrige Weinflaschen rumlagen. Wir machen sechsmal im Jahr eine Ausgabe. Ich kniete mich richtig in die Universitätspolitik rein und verstand, ah, die Universität ist wie die echte Welt, einfach in klein. Da gibt es Lobbys, Proteste, Interessenvertreter. In der Redaktion habe ich FreundInnen fürs Leben gefunden. Dort war die Uni, wie ich sie wollte. Es gibt die hippen ProfessorInnen, die haben sowas wie Fanclubs und dann trifft man sich jedes Jahr wieder in ihren Kolloquien. Diese Profs haben Spitznamen, eine Aura, man kennt sie, wenn man mit dem Studium anfängt. Das sind auch die Profs, die in den Medien vorkommen und etwas verwirrt sind. Und wenn sie reden, beginnen sie irgendwo und du denkst, hä, was hat das mit dem Thema zu tun? Aber dann schleifen sie den Gedanken ein und alles, was sie bisher gesagt haben, spannt sich zu einem logischen Ganzen zusammen und und schickst und staunst angesichts der Genialität dieses Menschen und wirst ein bisschen traurig, weil du nie so klug sein wirst. Doch dann erinnerst du dich, dass sie sehr viele Stunden in der Bibliothek verbracht haben und du dafür am See und alles ist okay. Was ich nicht gecheckt hatte, war, wie sehr mir die Universität eine Struktur gab. Du hast jeden Dienstag eine Vorlesung, aber hingehen musst du nur, wenn du nicht verkatert bist, Lust hast und es nicht regnet. Es ist perfekt. Dein Leben hat einen Sinn. Du sammelst diese Punkte und strebst einem Diplom entgegen. Danach gibt es niemanden mehr, der dich bewertet und du fragst dich, ja, wie zur Hölle weiß ich jetzt, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Manchmal wünschte ich mir, mein Leben wäre wieder verschulsam. Das Studium ist die perfekte Mischung zwischen sozialem, inhaltlichem und Selbstverwirklichung. Wenn ich an die Universität denke, denke ich daran, wie ich mich nach dem Seminar unter Aperus gemischt habe, weil an der Uni gibt es jeden Tag irgendwo einen Aperum und mir einen Schwips angetrunken habe. Ich denke an die Cornflakes, von denen ich mich mehrheitlich ernährt habe, weil das für mich der Inbegriff des Erwachsenseins war. Essen, was ich will, mag es noch so trashy sein. Und ich erinnere mich an den Ausblick von der Bibliothek auf die roten Becher der Zücher Altstadt dieses Gefühl von über der Stadt schweben. Ich erinnere mich ganz allgemein an ein Traumgefühl, an Wärme und Geborgenheit. Das Studium ist die Zeit, in der man noch alles vor sich hat. Es ist eine Blase, in der man sich einreden kann, dass das Beste noch kommt und alles, was jetzt ist, noch nicht so richtig zählt. Es ist eine Testphase, in der man die grauenhafte Pubertät hinter sich hat, sich aber noch ein wenig vor dem Ernst des Lebens drücken kann. Vielen Dank, Frau Kunst. Ich habe noch einen. Ist das gut? Super, es ist perfekt. Ich habe so im Zuhören, dass ich dachte, wie, ich soll jetzt schon was sagen. Perfekt, weiter geht's. Es gibt noch einen Text, der titelgebend war für das Buch und ich glaube, es ist ein Text, der vielleicht noch einen persönlichen Einblick gibt in die Funktionsweise meines Hirns. Er heißt Rumination. Eigentlich wollte ich eine Kolumne über das Grübeln schreiben. Aber dann habe ich so lange an der Kolumne herumgegrübelt, bis sie furchtbar wurde. Alles, was ich probierte, scheiterte. Der ganze Prozess fühlte sich an, als würde ich mit Flossen an den Füßen Fußball spielen. Es war schlimm, aber es war auch lustig, denn die Message der Kolumne wäre gewesen, grübeln bringt nichts. Der Text hätte damit begonnen, dass ich während des Lockdowns viel allein zu Hause saß und meine Schubladen neu sortierte. Ich hätte beschrieben, wie ich in dieser Stille immer mehr in meinen Gedanken abdriftete und wie bedrohlich sich meine Wohnung nach ein paar Wochen anfühlte. Ich hätte erzählt, dass ich mich in Fragen verlor wie »Wofür das alles hin? Bin ich infiziert? War die Welt schon immer so?« Bis mich dieses Sorgen Karussell kirre In der Psychologie nennt man dieses Verhalten »Rumination«, wie ich inzwischen weiß. Das ist Englisch für »Wiederkäuen«. Typisch für dieses Wiederkäuen ist, dass man entweder vergangene Unglücke immer wieder hervorkramt und nach den eigenen Fehlern sucht oder ab aktuellen Sorgen so lange herumkaut, bis man fast keine Luft mehr kriegt. Um herauszufinden, ob man bloß nachdenkt oder bereits grübelt, gibt es zwei Methoden. Erstens kann man sich fragen, ob die Themen, an denen man nagt, besonders vage oder groß sind, wie »Lebe ich richtig?« »Bin ich eine gute Mutter?« Wenn ja, ist die Gefahr des ziellosen Gedankenkreisens hoch. Und zweitens haben Psychologinnen und Psychologen aus Bochum einen Selbsttest entwickelt, der wie folgt funktioniert. Man beobachtet seine Gedanken zwei Minuten lang und fragt sich anschließend »Bin ich eine Antwort näher gekommen? Habe ich etwas verstanden, was mir vorher unklar war? Geht es mir besser? Wer alle Fragen verneint, grübelt wahrscheinlich. Während des Lockdowns habe ich diesen Selbsttest bestimmt dreimal am Tag durchgespielt und nie konnte ich eine Frage mit Ja beantworten. Das war ernüchternd, aber zugleich dämmerte mir, dass ich eigentlich nur dann grüble, wenn ich überfordert bin. Wenn jede Sicherheit fehlt, kralle ich mich offenbar an dem fest, was mir niemand nehmen kann, meine Sorgen. Das ist verständlich, aber auch doof, denn Grübeln führt längerfristig zu Stress, Schlaflosigkeit oder noch mehr Trübsal. Nicht mit Unsicherheit umgehen zu können, ist also noch ärger als die Unsicherheit selbst. Der Psychologe Tobias Theismann sagt, dass Menschen besonders heftig grübeln, wenn sie sich in einem Zustand exzessiver Selbstbeobachtung befinden. Daher soll man malen, atmen, meditieren, die Gedanken als Gedanken annehmen, um da wieder rauszukommen. als als ich gestern abend also spazieren ging, um nicht länger an diesem Text zu grübeln, kam ich nach einigen Metern von einem Plakat vorbei, auf dem stand I think I think too much. Ich deutete es als Zeichen. Vielen Dank für diese wunderbare Lesung und dieser Titel ist einfach, der kann so ein, ich glaube für viele, die in der Seniorentruppe der Geisteswissenschaften unterwegs sind, so eine Art Tagesmutter sein, ich denke, ich denke zu viel. Frau Kunz zeigt uns in ihren Geschichten, dass Angst viele Gesichter hat, aber sie macht das nicht als Psychologin oder Psychotherapeutin und auch gar nicht mit dem Anspruch, sondern sie nimmt das Unbehagen und übersetzt es in Schrift, in Text, in Gedanken, in Dichte, Gewebe, in Witz, über Normalität, über Weltschmerzen, Markum Gaudi, Rumination und eröffnet uns intensive, wortgewandte und berührende Kurzprosa. Und ich habe eigentlich tatsächlich, als sie gerade über die Uni las, gedacht, ah, okay, jetzt machen wir hier das Bologna-Ding und unterhalten uns, wie Uni ist, wie Uni war und wie Idealisierung funktioniert und wie Erinnerung funktioniert, aber ich habe eigentlich tatsächlich durch noch zwei andere Fragen, über die ich zuerst sprechen möchte. Und zwar ist meine erste Frage geht tatsächlich um etwas, worüber ich beim Lesen bestolpert bin, nämlich um die Frage des Störens und welche Rolle das Stören bei der Angst spielt. Auf Seite 96 lese ich in dem Text drei Tage offline. Wer wirklich etwas ändern wolle, müsse inmitten der digitalisierten Welt bleiben und stören, wie einst Diogenes von Sinope im antiken Akin. Frau Kunz, sind Sie ein Störenfried? Oh, ich hoffe, also auf eine Art hoffe ich es und gleichzeitig denke ich, durch die patriarchale Erziehung habe ich sehr Angst davor, Raum einzunehmen und jemandem auf die Füße zu treten und es ist mir extrem wichtig, gut anzukommen und ich bin total, wie nennt man das, ich fall total rein auf alle Mechanismen wie Likes zum Beispiel, auf so Überangepasst nennt man das. Genau, aber die Stelle, die Sie ansprechen, das muss man vielleicht kurz erklären, da geht es um ein ganz tolles Buch von Jenny O'Dell und sie macht sich quasi Gedanken wie geht Veränderung in einer Gesellschaft und was können Individuen tun und sie beobachtet, dass es heute häufig einfach diese zwei Optionen gibt, die total nicht attraktiv sind, das eine gerade wenn es um Social Media geht und um Technologienutzung und das eine ist einfach mitmachen und das andere ist Digital Detox und für 3000 Dollar in einen Wald gehen und sich zurückziehen und gar nichts mehr mitmachen und sie findet, man muss sich immer wieder Pausen, wirkliche Pausen gönnen, indem man auf Abstand geht, quasi mit der Welt und weg geht von Social Media und sich Gedanken macht, bei was für einen Wahnsinn mache ich da gerade mit und dann Social Media vielleicht benutzt, wie einem diese Technologie wirklich auch was helfen kann, aber gleichzeitig zum Beispiel, sie ist Künstlerin, darüber schreibt, was diese Technologie mit uns macht und ich fand und sie sagt eben, dass Diogenes hat ja auch einfach sein Wein fast den ganzen Tag ganz hektisch die Straße rauf und runter geschoben, weil er wie so quasi eine Persiflage auf die unheimliche Busyness der Leute und er hat viel mehr gebracht, indem er blieb in der Gesellschaft und dieses Fass die Straße rauf und runter geschoben hat und die Leute irritiert hat und von dem her hoffe ich schon, dass die Texte vielleicht eine Irritation bringen, weil es ist nicht hört auf mit dem oder macht mit, sondern ich möchte die Frage stellen, welche Werte haben wir normalisiert, glaube ich. Ich finde auch, da haben wir ganz am Anfang schon drüber geredet, das Motto ihres Buches so sehr berührend von Erich Kästner, wer keine Angst hat, hat keine Fantasie und ich will sie jetzt nicht auf Stören festnageln, aber ich möchte trotzdem doch nochmal diese Spuren der Umwandlung von Angst in Fantasie ihn stören vielleicht dadurch, dass wir innehalten müssen, dass wir den Worten zu folgen haben und dann doch nochmal überlegen, wie sich das auch mit einem Satz verbindet, den Sie vorgelesen haben, gerade die höchste Form der Hoffnung ist die überwundene Verzweiflung, also ob nicht in diesem Arbeiten an der Umwandlung, in der Übersetzung gewissermaßen zum Beispiel von Unbehagen in Sprache, ob da nicht doch so eine Art vielleicht utopisches Potenzial drin liegt. Darf ich das nochmal fragen oder ist das nervig? Doch, doch, das ist eine super Frage, weil auch jetzt in vielen Interviews wurde ich gefragt, wie ich auch schon gesagt habe, was sind dann, was tun wir gegen diese Ängste? Und ich konnte immer nur sagen, ich weiß es auch nicht und ich will auch nicht sagen, machen Sie Yoga-Übungen und es gibt eine große, zumindest in diesen Gesprächen, die ich bis jetzt hatte mit Medienschaffenden, wie eine Ablehnung, einfach die Ängste, ich hatte den Wert darin gar nicht gesehen, lange auch in diesen Gesprächen von Ängsten oder diffusen Gefühlen, in einen Begriff zu packen. Ich hatte dann einfach immer gesagt, die Angst fühlte sich, es ist ein Selbsthilfebuch in dem Sinne, dass sich die Ängste für mich dann weniger bedrohlich angefühlt hatten, als ich gesagt habe, das ist Workism und das ist Arrival Fallacy und es waren oft englische Begriffe leider, aber ich finde, die Ängste, wenn man sie aufs Papier packt, fühlen sich ein bisschen gezähmt an und gleichzeitig war es aber auch so, dass jedes Mal, wenn ich dachte, okay, jetzt habe ich es verstanden, woher mein Unbehagen kommt mit diesem Thema, kam um die Ecke eine neue Frage, eine neue Perspektive und ich dachte, nee, man kann diese Gefühle gar nicht festmachen, aber ich hoffe durchaus, meine Erkenntnis war, dass nicht ich ein Loser bin, weil ich diese Ängste habe, sondern weil ganz viele gesellschaftliche Strukturen so ausgerichtet sind, dass sie diese Grundängstlichkeit, die ich habe, einfach so triggern, extrem und ich glaube, das Buch ist eben, wie gesagt, ein, ich habe das mal versucht, irgendwie formulieren und ich hoffe, dass man jetzt über diese strukturellen Dinge sprechen kann, aber so wie die Medienaufmerksamkeit auch funktioniert, das will niemand wissen, die Leute wollen wissen, wie ich eine Lösung gefunden habe, was ich gelernt habe, wie ich damit umgehe, was meine Hoffnungen sind und es ist total schwer zu sagen, was die Einladung dieses Buches eigentlich ist. Genau, ich glaube, wenn ich das, also ich glaube, ich muss erst noch, ich antworte, da geht es nochmal drauf mit der Einladung, ich wollte aber noch eine wirklich, glaube ich, für uns eine wichtige Frage stellen, Sie kommen ja ursprünglich aus der Wissenschaft, Sie haben ein Dissertationsprojekt im Bereich Gender Studies geplant, zur Wissensgeschichte der Frauengesundheitsbewegung und haben sich für ein anderes Medium des Ausdrucks entschieden und ich habe so einen wunderbaren Satz gelesen heute im Interview, was Sie gegeben haben, da heißt es, erst beim Wechsel in die Gender Studies im Rahmen meines Doktorats wurde mir bewusst, dass Objektivität auch ein patriarchales Konstrukt ist, den Anspruch, neutral auf die Welt zu schauen, können nur weiße Männer erheben, also habe ich es gewagt, persönlicher zu werden und damit schlage ich den Bogen zurück, Sie sprechen ja gar nicht so viel von der Angst, Sie haben uns auch eingeführt in Ihre Gedanken mit dem Unbehagen und ob nicht, dass eine heroische Geste eigentlich ist, eine Form der Sprache zu finden, die aushält, die Unbehagen aushält, die Irritation aushält und erzeugt und vielleicht würden Sie da nochmal was zu sagen, also sozusagen Talking Back gegen sozusagen patriarchale Strukturen, alte weiße Männer, auch alte weiße Frauen können übrigens alte weiße Männer sein. Ich glaube ganz spezifisch, dass mit dem persönlichen Schreiben war auch das, ich habe ja, ich war vor dem Tagimagi bei der NZZ und das war super, ich habe so viel gelernt im Lokaljournalismus, aber ich hatte irgendwann auch ein Unbehagen damit, in allen Themen eine vermeintliche Expertin sein zu müssen, sei es Steuerpolitik, sei es Demonstrationen, sei es irgendwas, ich weiß nicht, ich habe pro Tag drei Artikel geschrieben irgendwie und ich habe, ich habe, mir war das total ich hatte wie das Gefühl, ich fake was und ich kann ja auch gar nicht so an diesen Sachen was wissen und man ist ja auch einfach die NZZ und darum hat es so diese Objektivität und gleichzeitig habe ich eben in Bern bei Patricia Purtschert in den Gender Studies angefangen und wir haben diesen Donna Haraway Aufsatz gelesen, ich glaube er heißt God's Trick, wo sie über die Objektivität schreibt, das ist quasi diese Vorstellung, dass man quasi als Gott, als Gottheit auf die Welt schauen kann und sie aus einer neutralen Perspektive beschreiben, das was wir gängig als Objektivität bezeichnen, dass ich das nur alte weiße Männer, das ist zwar ein polemischer Begriff, aber was ich meine leisten können und das und dann war ich so, ah, das ist das, das war mein Unbehagen bei der NZZ und und ihr, also ihre Lösung ist ja absolut genial, dass alle sagen und offenlegen auf welchem spezifischen Punkt sie sich befinden und gar nicht versuchen quasi zu sagen ich schwebe über der Erde und dass sich aber dann die Leute bei ihr immer Pflanzen oder Hundelmetaphern und dass sich das ein Gewebe dann eine Vernetzung von ganz verschiedenen Partikularperspektiven und ich fand das einfach so das flashigste, was ich je gehört habe und das hat mir dann den den Mut gegeben, irgendwie diese Partikularperspektive zu ergründen und auch offen zu legen, was ich nicht weiß und ich fand das so eine Erleichterung nicht Expertin sein zu müssen und gleichzeitig aber jetzt merke ich auch bei der Vermarktung des Buches ich habe so, ich bin so stark darauf irgendwie fokussiert, dass ich eben, dass ich alles ist aus meiner Perspektive als reiche weiße Zürcherin auch und das ist ein sehr spezifischer, extrem privilegierter Blick und manchmal fällt es mir dann schwer, wenn ich Erkenntnisse habe, die dann auch zu sagen, weil ich denke, es ist doch eh nichts wert und jetzt kommen so viele Nachrichten von anderen jungen Frauen, aber auch, also es geht durch alle Generationen, alle Geschlechter durch, von Leuten, die sagen, du hast ein Buch geschrieben über mich und ich weiß wie nicht mit dem, wie man jetzt aber auch wieder aus dieser Partikularperspektive irgendwie auch rauskommt und vielleicht sagt, irgendwas da scheint größer zu sein und dann sage ich immer, ich glaube, es ist nicht eine Generation, es ist vielleicht ein spezifisches soziales Milieu, aber da habe ich selbst noch offene Fragen, wie quasi, ja, ich fand es sehr entlasten, über mich zu schreiben, aber offensichtlich ist da was drin, was nicht nur mich betrifft, aber es ist mir total unangenehm darüber zu reden, weil ich denke, ich will mir nichts anmaßen. Donna Haraway hat ja dieses interessante, ja auch Metapher von Cyborg, also eigentlich sind sie ein heimlicher Cyborg und diese grenzüberschreitend, vernetzend, was mir aufgefallen ist, ist auch die große Rolle des Englischen in ihrem Schreiben, also man merkt, dass sie so wie Hybrid denken und ich glaube, diese Idee, das ist, finde ich, auch eine interessante Idee, die Idee der Bescheidenheit, das ist ja in der Mädchenerziehung ein ganz wichtiges Ding, also man darf die kleinen Jungs werden gewissermaßen für jeden direkt gelobt und bei den Mädchen heißt es, drängel dich nicht im Vordergrund, sei nicht so laut und sei überhaupt bescheiden und so darf ich über mich schreiben, ist das nicht anmaßend, ist es anmaßend, zum Beispiel ein Problem zu adressieren, ist es anmaßend zu sagen, dieses und jenes, was ist größer als das Ich, das ist natürlich die Sprache, die sie anbieten, das ist die Sprache, in der sie sich ausdrücken, die dann aber als Ausdruck da ist und so viele Leute anspricht und dann die Sprache, die in dieser kunstvollen Art und Weise vor allen Dingen mit den Anglizismen umgeht, das ist mir sehr stark aufgefallen, was ist das Englische für Sie? Das Englische ist meine Heimatsprache, also mein Vater ist Engländer, aber wie man in einem Buch merkt, ich habe ihn nie kennengelernt, das schreibe ich auch darüber, aber meine Mutter ist Dolmetscherin, Englisch-Deutsch und sie hat mit mir viel Englisch gesprochen und immer wenn es emotional wurde in Gesprächen, haben wir auf Englisch gewechselt, das ist immer noch so bis heute und ich lese auch zu 80% auf Englisch, ich habe das Gefühl, bei Englisch habe ich einfach, ich habe ein Gefühl von Geborgenheit und wenn ich selbst Englisch spreche, habe ich das Gefühl, ich bin lustiger, eloquenter, freier und Deutsch ist so meine Jobsprache und ich glaube auch, gerade weil ich Mundart spreche im Alltag, ich dachte immer, das ist egal für die Sprache, aber wenn ich in Berlin bin, was ich ja häufig bin, ich denke auch immer so, die Leute sind so schnell und eloquent und natürlich können die besser schreiben und ich hatte immer das Gefühl, Deutsch ist so, ich finde es schwierig, eine schwierige, schwierige Sprache und ja, und ich fühle mich nicht hundertprozentig wohl in dieser Sprache, obwohl das eigentlich meine erste Muttersprache ist, deshalb ist, und im Englischen ist es auch, ich habe das Gefühl, es ist eine dynamischere Sprache, häufig gibt es zuerst auf Englisch ein Wort für etwas und dann die Diskurse rennen irgendwie so ein bisschen auch davon und deshalb habe ich mich häufig auch bedient bei, ja, in diesen Diskursen und bei diesen Begriffen. Sibyl, du verbietest mir jetzt das Wort, richtig? Nein, nein, ich wollte nur gerade eine Frage einschieben, die aus dem Publikum kommt und die gut passt. Darf ich? Ja, klar. Ja, schreibt einer unserer Gäste, schreibt, wie in Klammer lange arbeiten, überarbeiten Sie, bis Ihre dichten Texte den lockeren Ton haben oder kommt er so locker, wie er klingt? Nein, 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 wirklich, also es ist, also ich dachte, wirklich sehr lange, ich könne irgendwie schreiben und das hat sich auch durch mein Leben durchgezogen und diese, an diesen Kolumnen arbeite ich, die sind 3000 Zeichen, das ist eine E-Mail quasi und ich arbeite eine Woche daran, Stunden über Stunden und ich verzweifle und ich verfluche mich, dass ich 3000 Zeichen das Konzept von Normalität abhandeln will. Ich teile mein Atelier, wo ich jetzt auch drin bin, mit einer Lyrikerin und Schriftstellerin, Simon Lappert und wenn sie Lyrik schreibt und die Verdichtung, wir reden häufig drüber, dass das ein ähnlicher Prozess ist und ich habe auch das Gefühl, die Kolumnen, ich sehe die auch als Gedichte und manchmal es ist so wenig Platz, also mir fällt es einfacher, 20.000 Zeichen Essays zu schreiben als 3000 Zeichen Kolumnen und manchmal denke ich sieben Stunden darüber nach, wie man zehn Sätze in einem Halbsatz verpacken könnte und welches Beispiel genau das ist, damit alle checken und dann ist ja auch noch das Publikum beim Tagimagi sehr, sehr breit. Also es ist wirklich, ich erzähle immer meiner Oma am Tele, diese Woche schreibe ich über den Begriff des Erhabenen und ich habe irgendeine und ich bin auch so, warum mache ich das? und es dauert einfach, es dauert ewig und ich habe wirklich einfach nur Schreibkrise um Schreibkrise um Schreibkrise und deshalb ist es wirklich sehr schön, dass es dieses Buch gibt und sie wenigstens so, man denkt, es hat sich für irgendwas gelohnt. Wir haben, glaube ich, noch eine Frage im Chat, oder Sie willst? Du bist gemutet. Entschuldigung, nee, die anderen habe ich schon beantwortet, da ging es darum, ob die Uni ein Alkoholproblem hat, habe ich geantwortet, im Moment nicht, so in dem Stil. Auf alle Fälle. Ja. Das kann ich bestätigen, das ist, glaube ich, war es eine Frage, oder? Nee, das ist, ja gut. Hat nicht die Gesellschaft ein Alkoholproblem? Aber was mir aufgefallen ist, bei der Verdichtungsarbeit ist der Wechsel der Affektlage und es kommen die Abstrakter und oft fängt es ja auch mit so einem abstrakten Begriff an, dann kommen die rationaleren Passagen, dann gibt es die Affektinseln, so empfinde ich das immer. Und ich glaube, mich würde interessieren, ob das ein komischer Leseeindruck von mir ist. Für mich sind die Affektinseln auch mit dem Englischen etwas stärker verbunden. Da arbeiten sie hart dran, richtig? Also mit Affekt meinen Sie Gefühlslagen beschreiben? Genau. Also aus dem alltäglichen Haft. Exakt, da wo man das Gefühl, da wo es einen berührt, wo man denkt, oh, das geht jetzt einem unter die Haut irgendwie. Das ist lustig, weil intuitiv würde man ja denken, die Theorie ist, die hat man am längsten über die Verdichtung. Aber nein, das habe ich mir tatsächlich noch nie so überlegt. Aber auch bei der letzten Kolumne, die jetzt übermorgen erscheint, geht es darum, wie wohl Berührungen werden nach der Pandemie. Und auch da habe ich so ein Treffen mit einer Bekannten auf der Straße beschrieben, wo ich das Gefühl habe, ich habe verlernt, wie Smalltalk geht. und ich hatte auch ewig, um diese Geschichte in drei Sätzen zu erzählen. Aber ich glaube, die meiste Arbeit geht darin, was für eine Geschichte möchte ich erzählen. Häufig beginne ich, was ist die Geschichte? Die Geschichte kann sein, ich erlebe dieses Gefühl, die Geschichte kann sein, ich habe ein Buch entdeckt, das Interessante ist. Es kann sein, ich habe ein Wort gelernt oder es kann sein, in meinem Leben war es immer schon so das. Und bis ich herausgefunden habe, welche kleine Geschichte ich erzählen möchte und welche kleine Geschichte irgendwie Sinn ergibt, um diese Message drüber zu bringen, das ist das, woran ich verzweifle häufig. Und ich kann auch 10.000 Stunden, wenn die Form nicht stimmt, dann kommt irgendwie auch, das war bei der vorletzten Kolumne, einfach die Form, ich habe die falsche Form gewählt und den falschen Fokus und dann kam auch der Text und die Sprache, die ziehen da nicht nach. Aber wenn die Form stimmt, dann weiß ich und kann auch darauf vertrauen, dass mit gewissen Arbeitsstunden die Sprache und die Wörter irgendwann in die richtige Form purzeln. Frau Gunz, ich glaube, Sie haben uns einen wirklich tiefen Einblick in die Umwandlung von Unbehagen in Kunst gegeben und bei allen Ihren Ausführungen fällt mir tatsächlich dieser Spruch ein von Karl Valentin, Kunst ist schön, macht aber auch viel Arbeit. Und ich bin ganz dankbar, dass Sie der Gesellschaft für deutsche Sprache und Literatur das so anschaulich darbringen konnten und dass Sie Ihre wunderbaren Texte uns vorgelesen haben. Und ich empfehle einfach nochmal allen hier das Buch von Nina Kunz, ich denke, ich denke zu viel, im Verlag Kein und Aber, gerade frisch aus der Presse. Sie haben bestimmt alle in diesem Jahr Geburtstag, Weihnachten steht quasi vor der Tür, also ab und das Buch kaufen. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie bei uns waren und wünsche Ihnen total viel Erfolg, dass der Karriereweg so straight weitergeht, zeigt sich dann immer von hinterher, aber dass man zwischendurch auf alle Fälle weiß, dass die Geschichte von hinterher eine gute wird. Vielen Dank, Frau Kunz. Ja, herzlichen Dank für diese super Fragen und dieses Spiegeln. Das macht mir auch total viel Spaß und es gibt selten Leute, die so gut vorbereitet sind und so tolle Fragen stellen. Deshalb, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank. Ja, you made my day actually. Ja, okay. Adieu, viele Grüße an alle Mithörende, die ich leider nicht sehe. Ich hoffe, Sie hatten einen ähnlich vergnüglichen Abend wie ich auch und ich wünsche Ihnen, dass Sie weiter gut durch die Pandemie kommen und dass wir uns dann irgendwann wieder so wie die Zombies in echt begegnen und mal trauen, dran zu fassen. Ja, also Adieu, bis dann. Adieu.